yo also das battle hat auf jeden fall spaß gemacht warum liegt schon wieder das so zusammen was aufgebraucht jetzt können wir dann endlich hier wiederbeleben wir haben gar nicht genügend egal die hier wollte ich so vier stücke fehlen uns noch aber leider leider fehlen uns auch noch wie viele stücke der abgrundrüstung war noch fünf stücke der abgrundrüstung die hätte ich gerne hätte ich gerne erst mal jetzt aber auch keinen bock mich hier großartig noch umzuschauen aber ganz knapp wieder aha 3000 so lange aber so viel aber bei weitem nicht die kreuzung stimmt da war ja auch was kann ich mich so laut daran erinnern oh man Aua Eins Ich war gerade etwas abgelenkt Im Fernsehen kam gerade Werbung zu Tanz der Vampire und ich würde mir das Unglaublich gern Nochmal Was geht denn hier ab? Da oben ist Okay Dann eben mit Ruin Scheide dass ich die Sensor von hier oben aus nicht benutzen kann Das wäre mir auch geil gewesen LOL Ja ist gut Guck mal einer an Was da oben aufgetaucht ist Aber Ah Ey komm ich will jetzt mal die Lizenz gegen die hier ausführen Au Also so schlecht ist die Sensor an sich gar nicht Es ist extrem langsam Oh Nein Ich habe es sogar doch geschafft Verdammt Verdammt Hallo Huch Komm mal her Oh Vielleicht jetzt eigentlich hier auch Ohne? Nö Geht also nur Wenn ich die Maske aktiv habe So aber ich brauche sie glaube ich gar nicht mal auf einen aktiven Slot zu lassen Es reicht auch wenn ich Ähm Ja Nein Nein Ähm Ähm Klappe Mann Okay also So weit so gut Ähm Huch Das wollte ich doch gar nicht Ich wollte das hier Ah Das ist sogar das Buchstück Drei Stücke fehlen noch Für die Armageddon Klinge Jetzt kommen wir ja auch an das An die Truhe hier Ab unten drunter Ran Oder ist die oben drüber? Hä? Wo ist die denn? Angeblich unter mir Hä? Ich kann sie nicht sehen Angeblich ist sie hier direkt drunter Aber Hä? 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 Richtig und mittlerweile bin ich wieder ein richtiger Reiter Richtig und mittlerweile bin ich wieder ein richtiger Reiter schon Lass Da um oder wie ない Oh! Okay, ähm, hier haben wir also auch für Ordnung gesorgt Oh, hey cool, ich kann sogar von Ruin aus mit Vulcum sprechen Der Pass Die Treppe, der Würge Acker, okay, ähm, ja Haben zum überschwemmten Pass Ach genau, was ich vorhin sagen wollte Die könnten auch mittlerweile Es hätte gereicht, wenn sie einmal oder so gezeigt hätten Wie diese, äh, äh, Schlangenlöcher funktionieren Oder jedes Mal für, äh, für verschiedene Schlangenlöcher Aber wirklich jetzt Sag mal, hier ist doch gerade irgendwas gespawnt Sei gegrüsst Może das? Ha, ha, ha. Was ist das? 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 Oh, leck! Was ist das? 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 So... Oh ne, jetzt schwimmen hier wahrscheinlich wieder diese ekelhaften Fische rum. Ich hab' da habe ... Ja Tatsache Schwimmen hier rum die ekelhaften Viecher Das ist schon wieder runtergefallen Wow Schwimm doch Die sind jetzt alle auch rot So Das ist das was ich haben wollte Nächstes Post-Stick Wuhu So Ähm Ja Ist hier sonst noch irgendwas Da oben Nö Oh 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 Das war's für heute. So, Mist-Feed. Oh, hallo. Yay, wir haben einen weiteren Lebensstein. Hat sich ja doch gelohnt hier umzugammeln. Oh. Satz mit X, das war wohl nichts, beziehungsweise das hat absolut nichts gebracht. Hä? Wie kommen wir dann auf die andere Seite zu dem Eisblock? Hm. Oh, das war's. Noch einer. Ah, okay. Hallo. Ein Zornkernbuchstück. Okay. Hm. So. Das hat wunderbar geklappt. Mit Seelen habe ich ein 1500. Könnte ich mir Rage kaufen? Ich will wieder auferstehen. So, ähm... Der Würgeacker. Ja, geh mal zum Würgeacker. Den fand ich eigentlich einen von den angenehmsten Orten. Wobei das schon sehr seltsam ist. Okay, ähm... Woah, woah! Huin! Hilfe! Wie soll ich die Kacke haben, wenn er... Woa! Woa! Da noch so einer! Ja! Ich bin... furniture! Das war's. Ja, das könnte noch ein bisschen dauern hier.